Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge The Legend of Zelda Majora's Mask. Diesmal sage ich nicht Twilight Princess, denn Twilight Princess ist es bei weitem nicht, nein. Ähm, oh, Bomben, die können wir auch direkt gebrauchen. Ja, was haben wir denn hier alles? Pfeile, bla bla bla. Ähm, ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, was wir jetzt weitermachen sollen. Ähm, ich weiß nur, dass wir in den Tempel schon können, ob wir das tun. Ja, wir tun's, komm, scheiß drauf. Shit on it, wir gehen in den Tempel. Ähm, ja. Party hart, party hart. Ähm, wir verprimeln uns in den Pick Hiberia. Willst du hörten? Nein, nicht wirklich. Denn wie jeder weiß, hasse ich jeden Tempel in Zelda, egal was wie wo. Ich finde das Spiel hier ganz geil, aber die Tempel, die hasse ich. So, ähm, 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 ja, da hinten war irgendwas, ne, so. Ja, genau. Komm, du musst einschlafen. Das bedeutet, wir besorgen uns, ähm, was, chronisches Schlummerlied. So, sollte eigentlich richtig sein. Dim, dim, dim. So. Alter, warum? Ach so, ja, nein, nein, falsche Maske, falsche Maske. Vielen Dank für die Blumen. Die Ocarina ist ja natürlich viel zu leise. Deswegen. Und, ja, dann sind wir jetzt gleich einen fetten Gerogen, der da oben auf dem Ding drauf saß. Irgendwie so runterplumpsen. So, bumm. Ich liebe diese My Little Pony-Dinger. Ich wollte schon sagen, der fällt doch runter, oder nicht? Aha. Ich liebe diese My Little Pony-Dinger. Juhu. Und da hat er vier. Halt. Ach, nee, das ist, glaube ich, da müssen wir noch nicht rein, sondern, stimmt, wir müssen hier hoch, ne? Ha. Wir müssen, ähm, mach doch nicht so eine Kacke hier. Kannst du mal, ha. 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 Yo, Junge. Pups. Fällt das Kaninchen um? Okay. Pick your Burnyard-Tempel. Was wir machen? Wir speichern erstmal. Fortschritt speichern. Ja. Definitiv. Wir haben genügend Zeit. Was seid ihr für Viecher? Was seid ihr für Viecher? Und vor allen Dingen, was wollt ihr? So, ab dafür. Ich denke mal, jetzt geht erst das Schlimmste los. Ach komm. Keine Zeit, um nicht mit sowas abzugehen. Ach nee, oder? Das ist wieder so eine Timings-Scheiße. Ja, genau. Ach, du willst mich doch verarschen, oder? Komm schon, wirklich? Wie ich es hasse. Wie ich es hasse. Fuck. Ah, geht doch. Nein! Was zum Hölle? Du scheiß Gerone. Das ist so ein richtiger Abfuck. Alter, ernsthaft jetzt? Jetzt weiß ich, was mein Bruder damit meint. Von den Dingen aus dem Tempel herein zur Scheiße ist. Das würde mich nicht wundern, wenn er jetzt unter dieses Video dann schreiben würde, ja. Ich hab's dir gesagt, du wolltest nicht hören. Eigene Schuld, eigene Schuld. Ich sag dazu nix. Ah, komm. Puh. Ich mein, ein Recht hat er ja, ne? Oh, oh. Nein! Da will man an das Herz, aber nein. Nero, sei nicht so gierig. Sei nicht so gierig. Fuck. Okay, jetzt gehen wir straight da durch. Weil genügend Zeit verloren. Obwohl, das ist ne Fee, die da ist, ne? Brauchen wir die Fee? Brauchen wir die Fee? Ja, wir gehen erstmal hier durch. Komm, scheiß drauf. Erstmal einen auf Safe machen. Und da haben wir auch ne Fee. Ja, na klar. Verarschen anderen. Oh, nein. Ja, natürlich. Natürlich. Logan. Was ist da drin? Was ist da drin? Was ist da drin? Was ist da drin? Da stimmt nur ne Karte oder so. Sag dich doch. Ne Karte. Wir haben eine Karte gefunden. Hurra. Dö, 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 dö. Ich glaube, die hätten wir nicht... Ach, egal. Ich glaube, wir sollten mal zu links switchen. Damit wir Dinge tun können. Äh, doch. Die Fee-Maske habe ich. So. Und jetzt... Hauen wir jetzt mal den. Und dann machen wir einen auf den. Das ist alles anstrengend hier. Viel zu anstrengend. Link hat eigentlich auch gar keinen Bock auf den Scheiß. Ach nee, besser nicht. Ich glaube, das sieht scheiße kompliziert aus. Und ich werde, denke ich mal, hier vollkommen verrecken. Da geht es nicht entlang. Ach, wie schön. Ich glaube nicht, dass Zelda in diesem Spiel vorkommt. Ich bin mir aber nicht sicher. Stimmt, aber nur kurz als Zwischensequenz. So. Nein, eine Rolle spielt sie hier nicht. Ich glaube, das müssen wir einfach nur da hinten zwischenschieben, oder? So, komm schon. Okay, da ist jetzt eine Truhe. Alles klar soweit. Hier ist auch eine kleine Truhe. Was haben wir da? Einen Schlüssel. Hurra. Okay. Uns wird auch angezeigt, wo halt ein Schloss wäre. Heißt das jetzt, wir müssen eine Etage tiefer, oder heißt das jetzt? Ich gehe mal von aus, wir müssen da rein. Und ich bin mir so ziemlich sicher, dass wir auch einen anderen Weg gehabt hätten, um hier runter zu kommen. Das sieht schwer danach aus. Hier kann man irgendwas machen. Ich weiß nur nicht was. Ich könnte es mir aber denken, was man machen könnte. Ich hoffe, das ist jetzt richtig. Ja, toll. Man kann keine Lava aufheben. Mann, warum muss dieses Spiel auch so kompliziert sein. Ähm, hier scheint es wohl nichts zu geben. Okay, jetzt bin ich definitiv aufgeschmissen irgendwie. Kein Plan, was ich jetzt machen soll. Ähm, okay. Äh, lass mich doch in Ruhe. Okay. Das ist seltsam. Aber seltsam wundert mich in diesem Spiel nichts mehr. Eine verirrte Fehl, ja gut. Bomben, 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 Bomben. Kann man mit dem Bomben eigentlich die Eisflächen aufsprengen? Öffne die Tür im Anfangsraum. Anfangsraum? Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha. Tür im Anfangsraum. Ach, Ficken. Ach, da war auch eine Fee. Äh, die Fäden, die werden wir komplett am Schluss sammeln. Oder wenn wir alle Tempel fertig haben. Damit wir dort irgendwie alles bekommen. Weil so auf Zeitdruck zu spielen ist mir zu... Nee. Komm, geh weg. Geh weg, du! Hund! Ach, nein. Eine große Truhe. Große Truhen haben immer was zu heißen. Höchstwahrscheinlich in diesem Fall jetzt nicht, aber... Halt nur ein Kompass, ne? Ha-ha. Halt, halt, halt. Hast du sie noch alle? Die Bomben kann natürlich jetzt nur Link einsetzen, ne? So, und... Ab dafür. Meine Güte, meine Güte, meine Güte. So, was geht hier ab? Alter, was? Was? Du willst mich doch verscheißern, oder? Ja, genau. Wie komm ich jetzt da hoch? Kann der irgendwas ausrichten? Hm. Der klappen kann, oder? Klappt das? Ich weiß es nicht. Ach, Mann, ey. Was soll man denn hier machen? Ich glaube, hier kann ich erstmal gar nichts machen. Frage an Franzi. Was kann man hier machen? Was muss ich tun? Nein. Ähm, okay. Dann ist die Frage, was muss ich machen? Ach, ich habe schon hundertmal geschlagen, oder was? Na, komm, komm. 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 Wie stimmt, die Gegner alle besiegen hier? Mit Sicherheit irgend so'n Shit. Warte, da hinten war auch noch einer. Nicht? Ja, was? Hey, ganz ehrlich, was muss ich hier machen, Mann? Gehen wir nochmal hier rein. Irgendwas müssen wir tun können. Irgendwas. Die falsche Tür benutzt. Äh. Es gab aber nur eine Tür. Wenn das wirklich die falsche Tür war, dann ist das ganze Spiel jetzt... Voll im Arsch. Voll im Arsch. Ah. Ach, komm schon. Das kann doch nicht ernst sein. In dem Anfang... Ja, das war der Anfangsraum. Ah. Dude. Gut. Dieses Spiel raubt mir den letzten Nerven. Und ich glaube, das wird schon wieder so'n übelst langer Part, wo ich mich dann drüber aufrege. Aber... Naja. Ich weiß auch gar nicht, warum ich dieses Spiel mir geholt habe. Wo muss ich Bomben benutzen? Hä? Hä? Klär mich auf. Hau mir nicht so Bröckchen hin. In dem Raum, wo ich gerade war, muss ich irgendwas machen oder was? Also muss ich jetzt wieder zurück. Ich kanske schon mal. PQ. Oh. Mal. Das war's. Scholls sind Handsch псих. Dann haben wir näher vom ZDF. Ja, mal. Danke, mir geht es dir. So, mein Handy bimmelt irgendwie die ganze Zeit. Hier muss ich mit Bomben irgendwas machen, okay. Aber was? Weil das Problem ist, ich habe auch nur noch vier Bomben. Dieses Auge sagt mir halt auch nichts. Also gerade nichts. Aber ich denke mal, hier in dem Raum wird irgendwas sein. Was soll ich denn hier freisprengen müssen? Aha, da geht es nämlich rein. Aber da kommen wir nicht hin. Ah, mir dämmert es ein wenig. Ist halt nur die Frage, kommen wir da dran? Alter. Das ist so richtig scheiß Rätsel. Nee, man braucht keine Feuerpfeile, man braucht nur normale Pfeile und muss hier oben drauf schießen. Ich meine, der kommt dann bitteschön auf die behinderte Idee und... Alter, nee. Also ganz im Ernst. Also... So, haben wir da oben noch irgendwie den kleinen, ne? Der wächst, glaube ich, immer wieder nach. Ja. Ja. Das war scheiße... Anstrengend. So, das ist ne Fake gewesen. So, was haben wir da jetzt? Feuerpfeile bestimmt. Ne, ne Fehl. Das Ganze einfach nur für ne Fehl. Hallo, Trufoss. Sei gegrüßt. Da jetzt die Bombe. Putz. Dann ist hier ein Schlüssel drin mit hundertprozentiger Sicherheit. Und ich würde sagen, mit dem Schlüssel müssen wir dann da vorne durch die Tür. Ähm, bin ich mir sogar ziemlich sicher. Alter. Ich höre irgendwas. Ah, fuck, man. Mach keinen Scheiß, Link. Ist Fabs ein Subscribing-Mode? Ich weiß jetzt gerade nicht, was du meinst. Ich weiß jetzt gerade nicht, was du meinst. So. Achso. Äh, ne, bei mir nicht. So. Zack. Ähm. Hä? Das ist wieder so ein Scheiß-Rätsel, Mann. Okay. Dann bis später. Das ist doch bestimmt wieder irgend so ne Kacke, wo man dann hier so und dann den... Oh, Mann. Ach, Mann. Ich helb! Ich helb! Das ist bestimmt pisseinfach, oder? Ja. Das ist doch... Ich helb! Ja. Aber dein Schicksal ist ja... Ich helb! asymm whether das mal los Personen sind. Ah, wenn er sich runter geht. Und vielleicht ein Schicksal ist... und lorsqu Blindinchers schism, die Schiff 3000 auf Bern. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Vielleicht kann mir das Auge ja was sagen. Kann es natürlich nicht. Ein bisschen Hilfe wäre echt sexy, also wenn jemand weiß, wie es weitergeht, nur zu. Ich glaube, das ist irgendwie so eine Scheiße hier, ne? Ach komm schon, Mann. Was? Du hast keine Ahnung, das ist aber jetzt ziemlich kacke. Naja, trotzdem danke. Dann schauen wir einfach mal weiter. So. Ernsthaft? So eine Pisse einfach ist scheiße. Ist das euer fucking Ernst? Alter, nein. Nein, 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 nein! Aber wir wissen zumindestens, wie es geht. Und das ist so eine... Warum ist das so eine Pisskacke, Mann? Ich meine, das kann es doch nicht sein. Das ist... Es sind so offensichtliche Dinge im Leben. Und dann... Nero, warum schwer denken, wenn es auch viel zu einfach geht? Ich bin so offensichtlichen Dinge im Leben. 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 Oh mein Gott! So, zack. Dann hier auf das Teil. Dann einrollen. Zack! Ja komm, Mechanismen alle ausgelöst. So, zack. Maske ab. Dann hier hoch. Dann da hoch. Alter. Wer kommt auf so eine Scheiße? Meine... Ah. Fuck. Wir haben den... Was? Ah! Oh mein Gott, ja! umg omg omg leute ich kriege an diesem spiel noch wirklich einen herzanfall einen herzanfall sag ich euch weil das sind so dinge hier da denke ich mir ja wo muss das sein ernsthaft dieses scheiß auge ist eingefroren ach ihr wollt mich doch verarschen komm gib mir feuerfeile hoffentlich sind da eine scheiß fucking fehl was soll die kacke ich brauch keine fucking scheiß fehl ich muss ach so das erklärt natürlich alles oh mein gott oh nein bitte nicht die sind bestimmt übelst anstrengend oder okay oh 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 Nein, Mann! Oh, ich sterbe! Ja, gg, gg! Fuck! Was soll denn der Mist, ey? Nein! Ernsthaft? Seriously? Ich darf den ganzen Shit von vorne machen? Ach, ihr könnt mich mal ganz hart... Ey... Nee... Was ein Scheiß... Was willst du, Taya? Oh, Mann, ey... Ach, du verarschst mich doch, Mann! Hm... 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Jetzt weiß ich auch, warum da die Herzen sind. Und die Pfeile. Das war's für heute. Das war's für heute. Wie willst du das denn, bitteschön? Dreckige Sau. Meine Güte, sorry Leute, da muss ich mich echt konzentrieren, weil das ist ein scheiß Zwischenboss. Also ich wurde halt schon gewarnt, aber das ist echt so... Feuerpfeil und genau den brauchen wir. Anstrengend, anstrengend, anstrengend. So, einrollen. So, Maske runter. Dies, das, Ananas. So, Feuerpfeil draufziehen. So, zack. Okidok, nur was hat das jetzt gebracht? Ah, ich verstehe. Ah, ich verstehe. Das bedeutet, wir können jetzt immer hoch und runter. Wasserpfeil. Was natürlich Sinn macht. Da wir die Feuerpfeil haben, können wir jetzt hier auch die anderen Areas betreten. Glaub ich zumindest. Geht das? Jawoll! was hat das gesagt? geht das jetzt brachte? dr du bl 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 Nein, nein, nein. Ich werde hier in dem Tempel nochmal sterben. Mit hundertprozentiger Sicherheit. Was sag ich da mit hundertprozentiger Sicherheit, mit tausendprozentiger Sicherheit? Wie gut, dass wir den Deko dabei haben. Mach doch keinen Scheiß. Wie hoch kannst du und darfst du springen, Junge? Okay. Zack. 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 Okay. Ich denke, wir müssen da rein, weil das erschien mir gerade ziemlich wichtig. Ach nein, komm schon. Mann. Ich glaube, wir sollten mal lieber die Maske ausziehen. Den Spinner da schmelzen. Ja, und dann kommt nämlich erst die Truhe zum Vorschein. Oh Mann, ey. Alles viel zu kompliziert. Das ist da drin. Eine Fee. Fee sind immer gut. Energie auch. Oh Mann, ey. Mann, 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 Mann. Gib mir den großen Bump. Meine Güte, meine Güte, meine Güte. Ich glaube, ich schaffe das noch nicht mal bis vor Ablauf. Aber man soll niemals nie sagen. Hat mir meine Mama erklärt. Okay, hier sollten wir noch nicht sein, glaube ich. Machen wir hier frei den Weg. Machen wir hier frei den Weg. Ich glaube, da sollten wir nicht sein. Ich glaube, da sollten wir nicht sein. Da haben wir eine Truhe. Da haben wir eine Truhe. Oh mein Gott. Das ist wieder alles anstrengend. Wieso schmeißen wir nicht einfach ein paar Bomben runter? Meine Güte. Meine Güte, ey. Und sonst haben wir die Talia nicht. Und sonst haben wir wahrscheinlich ein paar Bomben runter. mehr hören soll denn der mist nur am rumjammeln blöden wölfe ach nein komm zurück so zack zack wenn ich den da hinten hinschiebe und dann gegen die wandschiebe dann müsste der doch theoretisch gesehen oder ja theoretisch gesehen praxis sieht dann natürlich immer ganz anderes aus laut streamplan ist jetzt zeit für dragonball ja laut streamplan aber da ich den part hier noch machen will und ich den tempel immer komplett zu ende spiele ist das erstmal nebensächlich was jetzt auf dem streamplan steht was was what the heck so dann gehen wir da nochmal gehen wir hier nochmal gehen wir da nochmal dann brauchen wir hier die maske wieder ich habe jetzt schon keinen plan mehr ne gg gg vorbei leben ist vorbei ich geh sterben und tschüss jo mach das hmmm wie ist eigentlich das bild im stream kann mir erstmal gerade jemand sagen ist das pixelig oder ist das gut lässt es sich anschauen falsche area okay ciao nero viel spaß beim sterben kann man mal sehen das ist meine viewer wollen wir beim sterben zugucken das sind mir paar leute hier okay so okay gehen wir hier mal wieder rein ich glaube bei grün ging es nämlich hoch oder auch nicht oder auch nicht da hmmm ja da war es schon geh zurück geh zurück ziehe keine 4000 dollar ein Ah, ich bin voll verloren. Mann ey, was soll denn das? Okay, ich glaube, weil die Dinger, die sehen mir leicht wie Eis aus, ich bin mir aber nicht sicher, ob das Eis ist. Nein, das ist nicht. Och Mensch. Bisher ist noch nie einer in einem Livestream gestorben. Ach, glaub mal, ich krieg das hin. Okay, das ist der blaue, das ist so, oh, ich hab' da. So, einmal grün. Ich glaube, von grün kamen wir, oder? Kamen wir von grün? Ich weiß es nicht. Nein, grün ist der hier. Na klar. Ich glaube, ich krieg den Tempel nicht hin, ey. Oh. Hier gibt es auf jeden Fall definitiv noch eine Truhe. Ja. Guten Tag, Truhe. Mann, Mann, Mann. Alles so scheiße. Da ist eine Federin. Nicht. Ein kleiner Schlüssel. Okay. Okay. Ist jetzt echt die Frage, wo müssen wir den kleinen Schlüssel ansetzen? Äh, ja, ich hab' die Feenmaske. Aber ich sammle die Feen erst ganz zum Schluss ein. Oder muss man die unbedingt einsammeln? Und ich würde mal, wenn ich das einsammeln. Oh. Ich würde mal das tausenden Schlüssel auf der Flamme auf der Flamme einsammeln. Quatsch. Ich würde mal. Ich würde einfach mal ganz gerne meinen Schlüssel einsammeln. Gehen wir nochmal da lang. Okay, da kommen wir jetzt nicht lang. Das bedeutet, wir müssen einmal wieder komplett drum herumlaufen. Ha. Gibt vier Preise, die alle Bomben sind. Okay. Inwiefern? Ja gut, aber was bringt mir das, ne? Ja, das Feenschwert, da habe ich schon von gehört. Ja, das ist halt dieses Geschwungene, glaube ich, ne? Das ist so kawaii, dass sogar Mut dafür sterben würde. Okay. Moment. So, musste ich die Aufnahmen leider kurz stoppen und... Ich weiß jetzt gar nicht, wo ich bin. Aber okay. Ähm, ja, wo waren wir stehen geblieben? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr, ich weiß es nicht mehr. Hm, gehen wir einfach mal hier hoch. Weil das sieht gut aus, denn da geht es hoch. Und hoch ist prinzipiell immer gut. Denn hoch ist immer besser wie runter. Ähm, ja. Ich glaube sogar, dass wir das nicht mehr schaffen werden, bevor hier die Zeit rum ist. Und das wäre mega scheiße. Komm, Schwabby, lauf. Komm, mach schon. Oh, ey, ernsthaft? Ähm, ja. Ich kann zwar jetzt was versuchen, ob das funktioniert, aber ich bezweifle, dass es geht. Fuck. Das ist also auch der falsche Weg. Haaa. Okay. Als Corona einfach draufschlagen oder was? Was? Ach, komm schon. So einfach kann das doch nicht sein. Und höchstwahrscheinlich muss ich den dann jetzt nochmal runter, ne? Ach so, und jetzt komm ich an den Mittelteil. Okay. Verstehe, verstehe. Okay. 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 Hm. Aber wie kriege ich das untere weg, ist die Frage. Okay. 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 ja und nicht mehr allzu viel Zeit ist das Problem um hier ein bisschen weiter zu kommen das war ein lucky one oder musste man den so tja man weiß es nicht ach nein mach keinen Scheiß komm schon nein das gibt es nicht wieso wieso ach dude ernsthaft jetzt die ganze Scheiße von vorne den ganzen verkackten Krempel nochmal also langsam fange ich an diesen Tempel zu hassen dann Was ist das? Was ist das? So lange brauchen wir für diesen einen Tempel, das kann es nicht sein. Über eine Stunde jetzt schon. Ja, komm, GG. Live long and prosper. Man könnte es ja auch so machen. Man kann es ja auch anders machen. Ja, komm, geh da rein. Okay. 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 Und genau das ist dann hier der Punkt, wo ich denke, so... Genau. Wie willst du das anstellen? Ach, komm ey. Okay. 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 Hey. Okay. Okay. Oh, doch nicht gestorben Das ist auf jeden Fall sehr gut Es nervt aber trotzdem halt schon ziemlich hart So, wir müssen theoretisch gesehen wieder in diese Kammer Einigen wir uns darauf, dass ich viel zu doof bin um dieses Spiel zu spielen Keiner hat Einwände? Gut, ich auch nicht Okay Okay, diese Scheißringe scheinen immer wieder neu zu kommen Okay Okay WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR So, dann gucken wir einfach noch mal. Hallo Pokémania! So, ganz ehrlich, so schwer kann das ja nicht sein. Aber man sagt ja nicht umsonst, dass das Spiel hier als schwierigstes Spiel fungiert. Was ich vollkommen nachvollziehen kann. Okay, ich glaube das hätte ich nicht tun sollen. Oder doch? Ich weiß es nicht. Ich meine, ich müsste erst die oberen raushauen. Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher. Oh Gott, eh. Ich bin mir nicht sicher. Okay, das ist der Weg zum Boss. Muss der Boss-Key jetzt irgendwo links oder rechts drin sein? Ich gehe einfach mal davon aus, dass er da unten drin ist. Oh Gott, nein, bitte nicht! Oh Gott, Moment! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Okay Hier oben stehen wir aber eigentlich immer ganz gut, was super ist Hey, es hat nichts gegeben dafür Willst du mich komplett verarschen? Oh, der Boss Key Meine Güte Der große Schlüssel OMG Ja, jetzt nochmal hier schön alles aufladen, ne? Was Energie und so betrifft Ich glaube, am anstrengendsten ist wirklich nur Ja Also mega anstrengend ist glaube ich wirklich nur der Tempel Der Bossfighter ist Okay Oder doch nicht Hm Dass das eine Riesenvieh ist Ich glaube, der Boss Ich glaube, der Boss Das sieht prinzipiell nicht so schwer aus Prinzipiell Sag ich nur Ja Na klar Logen Ich glaube, der Boss Ich glaube, der Boss Oh man ey. Was ist denn das für ein Scheißviech? Was ist denn das für ein Scheiß? 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 Was ist denn das für ein Scheißviech? 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 Nein, warte! Hörst du mir zu? Was? Was ist denn das für ein Scheißviech? 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 Ich habe zwar ein bisschen was weniger geredet. Es gab eine kurze Unterbrechung und und und. Aber ja, ich bin so fix und fertig, dass ich jetzt erstmal irgendwie was essen gehe und generell zur Ruhe komme. Bis dahin und ciao!